Tach Leute und hallo Terraria Community! Es gibt neue Informationen zum Crossover-Update mit Dungeon Defenders 2, der Terraria 1.3.4. In einem Entwicklerstream von Trendy Entertainment, den Machern von Dungeon Defenders 1 und 2, wurden ganze drei neue Ausschnitte gezeigt. Noch dazu gab es ein Bild vom neuen NPC, dem Tavernenwirt, der zwar bekannt ist aus Dungeon Defenders, von dem wir aber noch nicht wissen, welche Bedeutung er in Terraria haben wird. So, nun zum ersten Ausschnitt. Hier sehen wir eine Art fliegenden Kamikaze-Goblin mit einer Art Bombo oder Dynamit auf dem Rücken, der dem Spieler gnadenlos hinterherjagen wird. Es wurde sogar explizit erwähnt, dass man nicht vor ihm abhauen kann, selbst mit den schnellsten Flügeln nicht. Der nächste Ausschnitt zeigt einen Spieler im Magier-Kostüm aus Dungeon Defenders. Er kämpft gegen ein paar Standard-Gegner und einen ganz speziellen. Es wird zwar kein neuer Boss sein, aber es scheint ein Heiler für die Gegner zu sein. Der sieht auf jeden Fall sehr interessant und nice animiert aus. Nun zum letzten und wahrscheinlich auch wichtigsten Abschnitt. Hier sehen wir den Ogre, der wahrscheinlich der Boss des gesamten Events wird. Wie in dem GIF zu sehen, hat er mindestens drei wirklich krasser Attacken. Zum einen kann er einfach mal easy in die Luft springen und mit einer heftigen Wucht wieder aufkommen. Zum anderen nutzt er, naja, seine Kotze als Ball oder Geschoss, die auch nochmal ordentlich Schaden verursachen zu scheint. Die dritte Attacke besteht darin, dass er einen einfach mit seiner Keule weghaut. Wahrscheinlich die Attacke, die man auch am meisten erwartet hätte, vor allem weil sie im Trailer zu sehen war. Das war's auch schon wieder mit neuen Informationen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, ich klinge nicht zu müde. Es ist gerade mitten in der Nacht, als ich diese Informationen bekommen habe. Aber ich möchte sowas Cooles natürlich so schnell wie möglich rausbringen. Okay, dann würde ich mal sagen, war's das mit diesen Update-News. Noch drei Tage bis zum Update selbst. Ich bin gehypt. Ich hoffe, ihr auch. Wir sehen uns in Road to Etheria wieder oder vielleicht auch in anderen Videos. Bis dahin, ciao, Leute!